Ich kann hier nicht... Schreibt einfach unter die Kommentare, was wir falsch machen. Was ich falsch mache und so. Weil ich bekomme hier keine Verzauberung und... Ach, Leute, was soll's, man. Dann tue ich die Konstanz hier rein. Geht mal kurz offline, alle. Wie wir. Na, soll ich lieber offline gehen? Weil wir war jetzt bei mir am besten... Ja, du, du auch offline gehen. Ja. Okay, wieder online kommen. Sobald der letzte offline ist, kann man direkt weiter starten. So. Ein schöner neuer Tag. In der Hexe-Welt. Kommt ihr? Oh, der Hosen ist... Achso, da. Wir warten, hä, wo bist du? Oh, ne, ne, ne. Enderman, Enderman. Den können wir aber los. Nach unten gucken, dann... Oh, jetzt zurück. Okay, egal. Ich hab den angeguckt. Du bist doch nicht rot. Jetzt kommt er bestimmt zu dir und dann sagst du, helf! Nein. Jumpman, bin ich halt schlecht. Noob, noob. Achso, das ist auch was dazu. Also, wie gesagt, ähm... Das ist besseres Essen. Die schmecken. Und wenn ihr Leben braucht halt das hier. Aber egal. Erst einmal gehen wir zu dem Dungeon, wo ich grad war. Wir müssen noch einen riesen Dungeon machen. Aber das wollte ich mir selber nicht trauen. Und ich hab da Angst. Oh. Du bist ja cool. Nicht spannend. Ihr müsst die Maus die Cobblestone abbauen. Die braucht man nämlich ja. Was ist das hier vom Block? Was? Team Ore, sieht das aus. Wie Team. Ja, das ist Gravel. Gravel Ore. Kann ich das abbauen? Ja. Und dann verbrennen. Dann bekommen wir da auch was. Was uns gerade kaum hilft, weil, ähm... Ja, diese Sachen nicht funktionieren. Nee, das kann ich nicht so abbauen. Das dauert lange. Ja, du brauchst auch ne Schaufel. Achso, hab ich dir ja gar nicht gegeben. Nein. Dann geht's auch nicht. Äh, ja. Maus die Cobblestone einfach alles abbauen. Und... Ja, ich bau jetzt auch das Cobblestone ab. Oder hier oben muss man das nicht alles machen. Es geht eigentlich sowieso schon relativ schnell. Auch ohne Speed. Ja, aber mit Speed wird es dann halt einfacher gehen. Und dafür braucht man nur Redstone-Blöcke. Ne, ist halt so geil. Und... Diese Kombination, das ist einfach... Nice gemacht. So. Awesome. Da geht man nicht darunter. Das sindGsllte. Das sind wir... Wir bauen nur einen Mostly Cobblestone. Sollen wir mal gleich versuchen, die... Die Burg anzugreifen? No. Ihr brauchen eine Rüstung. Das ist mit vielen jemanden suchen. Ne, das ist eine Rüstung. Ja, weil wir so stehen noch... Dann brauchen wir noch... Ah, ne... ich glaube wir machen erstmal die granschen bevor wir die erhält das schloss angreift irgendwie hängt es bei mir jetzt ich habe nur 20 fps und Prozent hat sich aufgenommen hat oder ging das mit 25 das ist das da nicht schlagen nicht schlagen nicht schlagen das sind Schoko ich dachte schon her was habe ich jetzt gerade gemacht die müssen wir züchten die machen so ein bisschen sauber ist fertig ja das ist oder 15 von 30 glaube er und recht einfach noch recht glück machen und gut weil ich habe einen Väter von dem piep bekommen die Gifte das war einer Peter in der jetzt aus der Hände ist schon und jetzt ist es zu tun Leute kommt mal her bitte und ich bin ein bisschen was zu tun als das mal wieder ein wir müssen schon alles drin und ein Sauswoller Baumwolle 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 G. irgendwas konnte man mit Baumwolle machen aber das habe ich jetzt vergessen scheiße schon wieder ja crash oder was ne out of memory hattest du nicht gesagt du hast deine Einstellung so schlecht gemacht dass es gar nicht mehr geht ich mache jetzt meinen schwarz memory auf 2 es ist maximal ist schon 1 gigabyte ja aber wie nein 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 Kevin wie viel hast du überhaupt zur verfügung 4 4 gigabyte hast du zur verfügung ne da habe ich 2 du hast 2 gigabyte zur verfügung komplett also ich meine jetzt deinen pc vielleicht gar nicht mein pc hat 4 gigabyte arbeitsspeicher laptop hat 4 gigabyte arbeitsspeicher laptop hat 4 gigabyte arbeitsspeicher und wie viel verbrauchst du 2 oder 1 gigabyte ja ok dann kannst du locker 1 gigabyte machen na habe ich ja komisch ist ja schon eingestellt das ist komisch und bei mir leckt es heute warum und ich habe voll unstabile ausgeglichen die wolken 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 da war auf wo damit können wir nämlich die also immer mosey cobblestone mitnehmen weil mit dem bekommt man diese ball of moth und damit kann man die spitzhacken hier die spitzhacken kann man dann er selbst heilend machen aber da wir keine spitzhacken machen können das ist ärgerlich jetzt müssen wir die spitzhacken ganz altertümlich wieso geht denn das nicht war ich da irgendwas falsch so base ja ist doch schon klar schifft es bringt alles nichts ja was soll es ich tue das erstmal alles hier rein könnt ihr dann ein gehege machen die tieren und das kann ich dann machen wo soll es ungefähr stehen ist kurz vorgesehen macht doch jetzt so ist es ums Haus weil das sehen die siegte solche sie lassen und erwecken und plumpsklo oder weiß was wir machen das hier gerade aus ne oder sie dann bis blöd aus um das haus so circa fünf mal fünf so gerade machen und da die chocopop machen oder nehmen wir hier fahren oder neben hier dieser farm die blutberg ist wieder fertig sind die dias wir könnten einfach genau nehmen wir haben so nicht hier hinter der farm könnten wir einfach hier machen dann macht das mal gerade nicht züchtet werden er nicht züchtet wird doch die schuldigen die mannschaften machen ja wenn wir noch jemanden haben aber erst mal wichtig also ich muss die bereiten und ich habe kein sattes scheiße wir haben können die manchen ach wir haben ein problem das muss nämlich für diese goldenen die saal bekommen und dafür brauchen wir fahren oder was ist das da hinten ich stehe hier bei den einen abgebauten haus noch da ist so ein komisches tee ein tee ein tee wie das so wie tippen ich weiß nicht ja ach so ne das ist einfach nur komisches im haus gewesen ach so ich brauche mir das muss die zeug schnau ja das brauchen wir auf jeden fall Prozent ja wenn das jetzt funktionieren würde die Schoko-Dinger da die kann ich noch nicht und egal Prozent ich kann euch ja gleich mal was zeigen Prozent dieses er hat dieses dann schon das ist extrem schwer das ist so gern was zusammen meistern das ist mir vorhin gezeigt hast Prozent das wurde das ist ja kein dann schon das ist ein schloss oder so was eigentlich sowieso immer das gleiche aber so was hat es so vier Pfeile wo schaue ich dazu das Ding nützlich ist was das mit den pfeilen da ja damit du weißt wie viel feiter du hast sonst bis der tot ja wenn du nur noch fünf pfeiler hast dann weißt du ah ich habe fünf pfeiler und jetzt muss ich aufpassen aber ich darf nicht mehr in den Inventar haben doch nur fünf pfeilen in den Inventar wo du hast fünf teile in dein Inventar wenn du fünf stehen hast bei mir steht 43 und das bedeutet dass ich 43 Pfeile habe jetzt hast du sie alle in deinen Inventar weil ich mir gar einen Bogen gemacht habe weil wir brauchen einen Bogen schützen du gibst mir auch mal einen Bogen ich kann mich auch einen Bogen machen während ich die dv mache dann mache ich das ich hab wieder etwas ich weiß nicht wie man die Craft ich komme schon neuer ich wir haben nicht genügend wie gesagt ich bin kreativ genug ich hol mir alles aus dem kreativ wurde nur hier geht das leider nicht so äh meine ja FPS sind leider oder ist meine ne wenn ich mich bewege dann sind die FPS verdammt scheiße im Livestream wird anscheinend nichts ähm ihr müsst kurz offline gehen okay okay oh nein Kevin ich geb dir die Ehre und geb dir die Bogen ähm achso E geh mal Kevin geh mal E naja ganz unten links option kannst du auch da äh Cheat Mode und dann auf äh Reciper Mode oder Rezept ja Rezept braucht man nicht mehr Knochen einfach auf R drücken ja oder ja ne aber wenn du was suchst du kannst ja unten suchen gehen du kannst zum Beispiel schreiben was weiß ich und dann musst du einfach da drauf drücken und dann bekommst du die Sache nicht mehr Kevin okay dann kommt sie nämlich die Rezepte wenn du äh E drückst und nach oben auch wenn es ist es jetzt da drauf drückst bekommt sie nicht mehr sondern hast dann das Rezept äh Melonen, Melonen das Ding steht soll er mal das nach na ne Meteoren ne Meteoriten sollten wir mal lassen erstmal 6 Pfeiler wachsen die automatisch größer ja die werden immer größer die Bücher Leute können wir uns die Pfeile teilen weil ich glaube wir haben nicht so viele ja erstmal zeigen ok wir haben erstmal glaube ich die Grundsachen erstmal aber wir haben nicht mal ähm mehr Faden oder hat sich einer mitgenommen so Leute in der Essens geht es jetzt wieder drin äh spiel vor pack mal bitte ein einpacken Kevin ich erteile das mal mit äh oder Dennis teile du das mit ich hab selber oh hier Kevin kann ich das alles haben weil ich hab selber nen Stick ok wir muss das Stein das ist gut dass ihr so viel habt bevor wir losgehen kurze pipi pipi also so wir mit deinen älteren ach weg fährst mit dem auto so so und so nice 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 dann könnten wir ja aber das ist das Problem ne dass wir hier nichts machen können wie machen können ja wir können keine richtigen äh Longswords ähm selbst heilende Spitzhacken und so machen ja wir sagen wir machen ne haben dann die ganzen Sachen gehen dann in kreativ löschen die und holen das dann aus dem kreativ raus nee das geht ja nicht das ist ja das ist ja extrem kompliziert du kannst nämlich ähm komm mal her Kevin du kannst ja die ähm du kannst mit Redstone zum Beispiel Speed machen und es gibt Speedlevel bis 100 da baum ey und und ja dieses Speedlevel ja und man hat auch dann modifier und man äh bla 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 und man hat ähm manchmal drei modifier und man kann dann halt nur dreimal ausrüsten und so bla 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 da gibt's so viele Sachen ja das ist das Problem äh kommst du dennis wenn man sie zu kommen sie müssen sich zuerst eine Rüstung machen bevor wir in den Dungeon gehen äh nö würde ich mal sagen einfach einmal dadurch kommt er es gibt hier zwei Dungeons aber wir gehen zum ersten äh seht ihr wahrscheinlich in der Mini Map dieses Runde Ding da am Wasser vor mir ach so ja da wurde gespawnt ähm da wo man gespawnt ist ja und da hinten hinter uns ist noch eins oh ich nehme das mal ne ich hab keine Schaufe ah da da ist ein Vogel das ein Vogel eine Bluffin aua 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 ja ich hab's schon gesehen ja oh das geläts macht mich platt also er sei hier nicht auch in Let's Play die sind so ja ich auch aber informieren wär nicht schlecht so zack 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 blueberries eingepackt geht wie ein Schnitzel so kommt ja äh das habe ich schon auch im Let's Play gesehen das oh ne das ist fies das sind extremen Spiele Spawnout drin weiß ich aber wir gehen von unten nach oben können das heißt man kann nicht runterfallen weil ich kann die nicht abbauen doch und doch so in Deutschland ah wir sind nach von Regionen wir gehen ja von unten oh ne wir sind nach von Regionen wir dürfen nichts abbauen was wir sind nach von Regionen wir dürfen nichts abbauen ich schon ich bin ok ja wir nicht ja toll warte mal warte ich probier's mal doch das geht kannst du doch ok ja Kevin das war nicht so schlau die logik von mir ok ich würd mal sagen Cobblestone nee wir brauchen kein Cobblestone mehr Leute hier ist doch schon alles hell Leute ohja Leute ne nicht hier Leute Spinner Leute nicht ohne mich ich hab ne Hose ja Leute nicht ohne mich das sieht aus ey nicht hochgehen Dennis Leute noch nicht hochgehen ich glaub das 4 hat ein Schwert ja und es gibt auch Leute es gibt warte mal ich mach mal minimal ich muss das jetzt alles runter schrauben warum auch immer ich brauche ich nicht brauche ich nicht ey Kevin komm auf mein Rücken guck mal was ich in der Hand ey ich weiß was das Fehler ich weiß was der Fehler war ich hab erweitert das OpenGL aus Versehen angemacht ja das ist doch besser aus das hatte ich bei mir an nein dann weckt das mehr jetzt habe ich jetzt habe ich von mir 25 fps bei mir vermintert das Lex Leute ich brauche nein noch nicht gehen noch nicht gehen ihr kämpft und ich baue ab die Spawner nein nein ok warte mal ähm es gibt ich dachte du hast mich geschlagen es gibt auch ähm Bossmonster also so kleine ok geh geh hoch geh geh hoch ich baue die Spawner ja ok kann man wir kämpfen ja du musst aber auch wir sind keine ja dann baue ich ab ok wow was ist das denn wow au au ja Leute könnt ihr den mal töten scheiß dich Leute ich hab ein Steinschild das ist geil das ist geil das ist geil ja das ist ein Schild jetzt hast du über die 3 ähm über die xd-zahl wie geil das ist ein richtig geiles Ding Leute komm bleib mal bitte hier was ist das hier hä was ist ein Lahn 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 wat ok äh nein noch nicht noch nicht wir müssen die erste töten ok ist keine Ahnung ja da ist ja eh nix weil es Tag ist ja ne ich hab eine Etage rumgefallen aber doch lol ich hab lamba x 10 stück oh man wir haben meinetal ist gleich voll oh ich bin der beste mit der Rüstung Alter mit Schild noch Kevin kommst du ich bin schon oben ok hinterhält oh das ist ein Boss das ist ein Bosszombie Bosszombie ja aua Bosszombie und der ist unten nein hä what I went away ja das mach das nicht kaputt das ist halt so ein Bosszombie oh das scheiß Ding der war schon tot und dann bist du erst gestorben ich tu deine Sache erstmal hier rein mein Grabstein ich tu es erstmal hier rein xxcosno xxcosno steht der ganze Zeit ich nehme hier die eiseln achso drückt mal ja dann sortiert sich euer Inventar ohja mein Inventar ist voll ey Hosono guck mal das kannst du dir zuschauen zeigen ich hab keine Ahnung was das ist was wow was ist das wow was was ist denn das ja dann hab ich mich auch gefragt Spiegel lol äh das hab ich noch in kein Let's Play gesehen weiß ich wie groß das ist mit mach mal 5 und guck mal da auf deine Hunde was ist Landa kannst du dir versuchen abzubauen den Grabstein kann man abbauen und dann kannst du es auch so sagen oh oh Bosszombie das ist doch kein Boss das ist doch ganz normal der Bosszombie ist hier unten sollen wir nehmen wir töten falls du das kommst ja ok ne der ist weiter runter ne da hab ich jetzt auch keinen Bock das ist nicht was so Problem au hier ist er hier ist auch hier ist auch hier ist auch ja Kevin danke dass du schnell bist ich bin tot woher der hat 60 Leben oder mehr zum Beispiel PvP ausgemacht sonst ne äh ich hab mein Schild oh ich nein 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 vergesst doch mich vergesst doch nicht ich hab kein Essen mehr scheiße weise Alter wir müssen uns abwechseln wir müssen uns abwechseln oder wechsel ja ich kann nicht mehr ich hab Schild ja jetzt komm geh aber hier oben ist du musst ihn töten fuck ich wollte ihn nicht durchlassen aber der Schild hält nicht durch ja oh alter ich bin vergiftet ja ein bisschen ich hab ein Herz der Schild ist richtig geil erstmal essen erstmal essen mein Leben ist voll meins nicht oh wartet mal bitte warten wartet ja da kam eine Spinne runter oh ja wegen diesen Lamperexel wir müssten mal warte mal kurz E und dann suche ich mal nach dem Rucksäck oh ho Leute guck mal die Rucksäcke mal an wie viele sind das denn ja ich weiß ich muss richtig viele ich hab ein totes Stein nice so leicht nee Tenet Leder was ist das was ist Tenet man braucht normales Leder und zum Beispiel das Tinten so klingt ja ne das ist Tenet Leder nein bei mir steht nur Leder bei mir steht das ist ja das ne das ist das kleine Backpack also und das große ja das große Big Bang das ist mit Tenet keine Ahnung vielleicht müssen wir Beeren töten keine Ahnung wie das oder so ich guck mal nach Lalalalalalala ich guck mal nach Leute ne deswegen müsst ihr mich beschützen ja das Wort macht ne oh oh äh lass mal Tenet ja ich guck gerade Tenet ist braun gebrannt braun gebrannt sonn gebrannt hä ok äh big current ich glaub wir machen da uns my backpacks gleich ok dann let's go weiter ok okay mmmm kosmet okay ok was da drin o was ist das denn Bücher ok Leute Lohnstaat Lohnstaat nice komm Leute äh weg weg hier weg hier nach Hause wieder schnell nach Hause ok mein Elemental ist nämlich voll ja mein Traut deswegen will ich auch nach Hause ja ich auch hier wo gehst du aus zeig ich euch also seht ihr auch eigentlich mit m aber kevin guck mal mein geiles schild und schnell leute wir müssen schnell ich kann nicht mehr schwimmen er kommt er und er hat das ist ein kleines Schuhe leute es ist wie er aus dem Kurschmau das fährt um sieben obfugel rückwärts nicht so gehört er keine Prozent und die Nummer meint den Schwein schwingt sich nichts der Lüftelverlust ist nämlich was nacht weiter wenn man sich jetzt mal an green gelett wenn ja deswegen schnell rein ach so dann müssen wir noch das beleuchten aber ich schwöre wir haben die Lohnrouten jetzt schon das ist richtig gut du bist auch doch ich bin auch nicht gut das ist nicht gut wie gesagt tränke nicht tränke noch gar keinen Fall wir müssen damit nein 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 kubo ok ok ich habe geht auch bei der Auflage ich möchte auch wenn ich tisch so jetzt könnte ok Prozent ja erstmal alles reintun hier entschuldigt ist er zu können ich war so kommen er hat nun ich hab so viele alte leute 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 mussten größere Kiste ich immer ja 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 leute maus ich glaube es war eins vom fünftchen fletermäuser ja alt ist es ein kalt oh man diese dinge komm wir machen hier so einen toten äh toten dings und gauppens und gauppens und gauppens und grabsteine sind ja ich hab einen youtuber mal gesehen der der hr hat keine ahnung der hat leipzig hens ok er hat Prozent hat davor sollen um Friedhof zu machen oder hat schon gemacht ich bin bei der Folge und alle gehofft und da wollte er die ganzen Abonnenten aufschreiben so gib mal bitte ein paar Pfeile guck mal vor Dich hier die Hälfte von deinem ne äh warte mal ne ich hab gar keinen Bogen mehr du hast den Bogen ich brauche Bogen du hast die Pfeile eingesammelt ich kann ich selbst einen Bogen jetzt ja wenn meine Pfeile bitte du eingesammelt hast ey nicht die Hälfte na ich hatte auch schon vorher welche ne ja Hose wie viel hat dich du mir gegeben geht einfach äh zu den äh Pfeilen achso geht mal zu 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 Farm bitte Moment ich muss mir grad einen Bogen machen du hast doch einen Bogen ne ich hab mir grad eben erst einen gemacht ok dann zur Farm Leute ihr müsst die Farm machen ich beleuchte die ähm das Gehege nicht dass da jetzt gleich was kommt loll ich hab ja gar nichts so viel du 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 das ist unwichtig ich habe auch ein bisschen in stillen gedenken noch ein bisschen erde fiktik